Und ja, meine Armee hier aus... Immer willkommen, Freund. Nö, der hat nichts mehr zu sagen. Okay. Die schicke ich aus gutem Gewissen nicht in den Tod. Sondern am Tod vorbei. Denn eigentlich das, was uns da so erwartet, sollten wir auch ohne die Flüchtlinge schaffen. Und los! Äh, meint Grimm jetzt gerade, er müsste alleine rein stürmen? Zu Befehl! Und verzüglich! Vorwärts, Krieger! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Sie werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Auf mein Zeichen! Sofort! Stehe bereit! So, Reo, wisst du ballerst mal die Schützinnen weg. Ja, und los! Was wünscht die Rune? Wird sofort ausgeführt! Auf mein Befehl! Auf mein Befehl! Vorwärts! Auf mein Zeichen! Sofort! Du kannst beiden deiner Wölfe beschwören. Auf mein Kommando! Vorwärts! Okay, da kommt uns ein bisschen mehr entgegen. Feindlicher Angriff! Zur Ehre Aronius! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Dann halten Männer! Verstärkt die Deckung! Wir werden angegriffen! Feindlicher Angriff! Okay, erst mal zurückziehen. Zum Angriff! Für die Rune! Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! Feindlicher Angriff! So, Heilung! Das verstärkt die Deckung! Heilung auf mich mal! Das ist ein Hinterhalt! Stehe bereit! Zur Ehre Aronius! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Vorsicht, Gegner! So, jetzt können wir weitermachen! So, jetzt können wir weitermachen! Halte durch Männer! Auf mein Zeichen! Gut! Und los! Bereit! Und los! Zur Ehre Aronius! Halte durch Männer! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Sie sind überall! Was wünscht die Rune? Wir werden angegriffen! Vorwärts, Krieger! Schlagt sie zurück! Hier! Schnell! Für die Freiheit! Vorsicht, Gegner! Zum Angriff! Sie sind überall! So, jetzt sehe ich das Dieter. Und ihre Eiswerfer. Feindlicher Angriff! Stehe überhandeln! Wird sofort ausgefischt! Zur Ehre Aronius! Sie sind überall! Wir werden angegriffen! So, Grimm wird grad ein bisschen eisgekühlt. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! Auf meinen Befehl! Zur Ehre Aronius! Feindlicher Angriff! Bereit! Bereit! Sie sind überall! Ronenkrieger zu mir! So, wie es aussieht, müssen wir nach da südlich. Vorsicht, Gegner! Halte durch, Männer! Wir werden angegriffen! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Hand, Männer! Halte durch, Männer! Für das Licht! Stehe bereit! Sie zum Seelenfluss! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Zur Ehre Aronius! Also, ja! Linien müssen halten! Wahrscheinlich schaffen wir es jetzt noch auf Level 10. Mal gucken. Oh, mein Krieger zu mir! Auf mein Zeichen! Schnell! Sofort! Wahrscheinlich müssen wir hier erst bei Ihnen Schlüssel... Oh, Feindlicher Angriff! Für die Freiheit! Auf mein Kommandant! Die Linien müssen halten! In die Schlacht! Ja, die beiden... Wobei, Grimm ist fast voll geheilt. Vorwärts! Interessant, dass er nicht mithelfen möchte. Sofort! Mir nach! Und los! Vorwärts! Kämpft, Männer! Oh, wenn sie uns die Eiswerfer von hier aus treffen können über die Mauer... Verstärkt die Deckung! Für die Freiheit! Vorsicht, Gegner! Das ist echt eine gute Frage gerade. Zur Ehre, Aronius! Wir werden angegriffen! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Ja, die können uns beschießen. Linien müssen halten! Zur Ehre, Aronius! Vorwärts! Kämpft, Männer! Von Rohnenkrieger zu mir! Schnell! Sofort! Schließ die Reihen! Mir nach! Vorwärts! Mal kurz nach hier gucken. Sofort! Achso, hier ist nur ein Hang. Bereit! Und ja, hier ist das komische Schlachtenfeld. Sogar mit ein paar Orks, die da noch gefangen sind. Mehr oder weniger. Auf mein Kommando! Und los! Schnell! Zu Befehl! Zu Befehl! So, jetzt versuch Reo Wiss mal... Vorwärts! Krieger! ...ein paar herzulocken. Okay. Auf dem Weg! Das sind ein paar viele. Alles klar! Verstanden! Wird sofort ausgefilmt! Auf mein Kommand! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Rohnenkrieger zu mir! Dann halten Männer! Schließ die Reihen! Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Mal das anschmeißen! Mich heilen! Schließ die Reihen! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! Was sagen die Quests denn? Rohnenkrieger zu mir! Reift die Stadt mit den Truppen des Widerstands an und zerstört das Rohnenkrieger zu mir! Oh, ich spiele die Zehen! Sehr schön! Auf meinen Befehl! Für die Rune! Folgt mir! Das heißt, ich kann jetzt theoretisch... ...den da so klingeln. Das heißt, ich kann jetzt... ...dass ich jetzt... ...dass ich jetzt... ...irgendwas Neues benutzen, was mir was bringt! Nicht wirklich! Ne! Konnte aber Gizmo sockeln! Und ja, Gizmo ist nackig! Ich kann ihm nur Ringe und Waffen geben! So, wie den Eisenzahn... ...und das Stumpfel-Kurzschwert... ...und ringmäßig... ...ist er für Stichwaffen... ...so, kann ihn auch beschwören... ...ja, vorwärts! Auf mein Zeichen! Halte durch, Männer! Wir werden angegriffen! Hier! Sofort! Zum Angriff! Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Stehe berahmend! Schließ die Reihen! Für die Rune! Folgt mir! Zur Ehre Aonius! So! Verstärkt die Deckung! Gizmo kommt angepasst! Geht so! Geht so! Nicht Gizmo! Geht so! Ja, in die Schlacht! Oh, ein leerer Ruhmstein! Haben wir mal wieder einen! Auf mein Zeichen! Schnickschnack! Die Linien müssen halten! Ja, das ist übrigens auch eine neue Ruhmstein in Breath of Winter! Geht so! Nicht-menschliche Heldenruhe! Hab ab! Blut! Bereit! Und los! So, ich hoffe, ihr seid alle lieb zueinander! Oh, weiße Priesterin! Ihr Narren! Ich sollte euch vernichten! Ihr wisst ja gar nicht, gegen was ihr kämpft! Oh, entschuldigt! Habe ich euch unterbrochen? Danke für eure Schlüssel, alte Hexe! Grimm, was hast du getan? Ich habe uns vor ihrer Zauberei bewahrt, Liebste! Und ich habe die Schlüssel der weißen Priesterin! Das zählt! Damit kann ich das Gefängnis und das Feuertor öffnen! Los! Zum Gefängnis! Auf mein Zeichen! So, wieder ein paar Erfahrungsprojekte! Auf mein Zeichen! Folgt mir! Ja, Kampf um Miratur! Geht mit Grimm zum Gefängnis! Ja, was steht hier nochmal? Greift gemeinsam mit dem Wien in der Stadt und den Runhelden die Stadt Miratur an! Die Eis-Elfen haben ihr Hauptquartier im Nordteil der Stadt! Dort sollten die Schlüssel für das Gefängnis und die Kommandanten der Elfen zu finden sein! Geht mit Grimm zum Gefängnis! Grimm hat den Schlüssel der weißen Priesterin erbeutet! Auf dem Weg zum Gefängnis wird er Hilfe gegen die Wachen benötigen! Auf mein Kommando! Ja! Folgt mir!